So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und eigentlich ist es sehr traurig, dass ich dieses Video machen muss, aber ich möchte es trotzdem machen, weil mir sehr viel daran liegt. Heute startet auch, also beziehungsweise heute von 11 bis 14 Uhr, nur schon mal zur Info, wo ist denn der Dreck? Hier, zack. Heute von 11 bis 14 Uhr gibt es den Merrel-Kampftag, gucke hier, Go-Kampftag mit Merrel, Sonntag, 12. April, 11 bis 14 Uhr, zweimal Sternenstaub, irgendwas, kann man hier nicht mehr lesen, hier, für jedes gefangene Merrel. Dann könnt ihr 20 Sets spielen, wenn man das wenigstens lesen könnte, aber ja, ich glaube insgesamt 20 Sets, also 100 Kämpfe könnt ihr machen und kriegt auf jeden Fall Merrel, was ja auch shiny sein kann jetzt aus der Go-Battle-Kampft-Liga. Und wenn ihr natürlich normal spielt, kriegt ihr beim ersten Sieg eins, beim dritten Sieg und beim vierten wird random euch aus dem Pokemon-Pool was zugewiesen. Wenn ihr mit dem Premium-Pass spielt, könnt ihr aber bei einem Set bis zu 5 Merrel bekommen, ordentlich Bon-Boms dafür, die Chance auf shiny. Und ihr wisst, Merrel ist eigentlich ein gutes Pokemon, gerade für die Super-Liga, beziehungsweise halt seine Entwicklung. Das aber erstmal dazu, denn darum geht es nicht, das nur am Rande. Ich weiß nicht, wann es online kommt, deswegen. Ich habe letztens ein Video gemacht, das hieß, kauft Spiele-Trend-Abonnenten. Wie so ein kleiner Kloppy habe ich halt dann gefragt, kauft Spiele-Trend-Abonnenten? Und es gibt Leute, die haben das halt wirklich extrem ernst genommen, das war ein sehr heikles Thema, habe ich dann festgestellt. Ihr seht auch schon hier, 25 Dislikes, 32 Likes, also 32 Leute haben es verstanden. 25 Leute haben es nicht verstanden, in dem Sinne, beziehungsweise haben es anders interpretiert, wenn man es so ausdrücken wollen. Im Großen und Ganzen, ich habe ja in dem Video eigentlich nur mal diese ganzen Kanäle, die ich sonst im Livestream immer anschaue, also hier Natururin, Flatti, Melanie, Dani glaubt, steht sogar noch, also Dani glaubt hier oben drin, Sabrina spielt, super saftig, Spiele drin. Habe ich mal so verglichen, was bei denen so in den letzten, in dem letzten Monat, also in den letzten 30 Tagen so abging mit Abonnenten, wie viel die so ungefähr gemacht haben, ging eigentlich auch nur darum, ein paar Statistiken zu vergleichen, mal gucken, wo ich bin, mal gucken, wo die anderen sind, bei wem viel passiert, bei wem wenig passiert, unabhängig davon, wie viel jemand insgesamt hat. Einfach nur, was in den letzten 30 Tagen passiert ist. So, dann gab es eben dieses, äh, dieses Feld in den letzten 30 Tagen, wo dann immer dieser Ausschlag zu sehen war, und mal ging es hoch, mal ging es runter, mal blieb es gleich, und bei vielen war das eben so, dass das an einer bestimmten Stelle immer genau den gleichen Zuwachs hatte, entweder ging halt null, oder genau ein Päckchen, bei kleineren so immer genau 10, 0, 10, 0, 10, 0, bei größeren dann so 100, 0, 100, 0, 100, 0. Und bei ganz großen dann eben 1000, 0, 1000, 0, 1000, 0. Und dann habe ich, ich dachte wirklich, man erkennt das heraus, an der Art und Weise, wie ich das gesagt habe, wie ich das geredet habe, so, als ich schon meinte, ah, der Schlingel, Schilling der Schlingel, jetzt sind wir noch auf die Schliche gekommen, so, hab mir die Hände gerieben. Da hat er wohl einen Trick rausgefunden, wie man, äh, immer Anfang des Monats sich kurz einen Tausenderpack gönnt, und den Rest des Monats ist dann Ruhe, beziehungsweise hat er natürlich, die haben das alle, die stecken alle unter einer Decke, guckt euch das an, da haben die alle zusammengearbeitet, der andere, der hat halt nicht so viel Geld, und deswegen kann der sich nur 100 jeden Monat leisten, und der Nächste nimmt das Minipaket für Kids, der nimmt halt immer so 10 mit, mhm, oder, ich habe sogar noch das Gegen, also das Gegenstück im Raum stehen lassen, oder YouTube hat einfach was geändert irgendwann, und rundet halt seitdem auf, ne, selbst das, habe ich selbst noch mit eingebracht, als Denkanstoß, vielleicht rundet YouTube ja einfach nur auf, ne, ich will mir kein Urteil überlaufen, ich habe das mehrmals betont, habe das dann so auch, äh, reingeschrieben, habe auch gesagt, guck, ab einem bestimmten, äh, Tag, ab September, oder was das war, September 2019, sah plötzlich alles anders aus, sah plötzlich alles immer gleich aus, vorher immer, bam, 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 und ab September plötzlich hier, und das bei 3, 4 Leuten, immer im September, jetzt habe ich spaßig in den Raum geworfen, ab September wurde also die Mafia gegründet, die YouTube-Mafia, die sich in, die sich Anfang des Monats immer Päckchen gönnen, oder, immer noch die Gegenseite dazu, es wird halt aufgerundet, so, aber ich kenne mich nicht damit aus, ich weiß nicht, wie das zustande kommt, habe ich auch betont, und, ich wusste, das Video wird einigen sauer aufstoßen, ne, so wie gestern, dem Ditschnomir, der Surströming, aber ich habe trotzdem gedacht, hau's mal raus, mal gucken, wer kann drüber lachen, wer versteht's, für wen ist es einfach nur interessant, mal diese Statistiken zu sehen, oder wer kennt die Seite nicht, und wem wird die Seite dadurch ans Herz gelegt, deswegen, wie gesagt, der Titel heißt, kauft Spiele, trennt Abonnenten, es gibt so viele YouTuber, die genau so einen Titel wählen würden, und das Thema auffahren würden vielleicht, um es so zu verpacken, und die Leute hätten kein Problem mit, aber die Leute haben irgendwie einfach nur gelesen, Spiele, trennt, kauft Abonnenten, Ausrufezeichen, aber ich habe das doch nie behauptet, und das steht auch so nicht im Titel, Leute, dann müsst ihr doch einfach mal lesen, was da steht, ich habe eine Frage gestellt, und habe einfach nur mich darüber gewundert, wie sowas kommt, das Gute war, Spiele, trennt selber hat sich auch dazu geäußert, hat auch nochmal gesagt, 20 Minuten in drei Worten geklärt, YouTube rundet Abonnenten, so, das ist die ganze Lösung, ich habe die Lösung im Video schon gesagt, habe aber trotzdem, wer mich kennt, der weiß, wie ich immer so drauf bin, so aus Spaß, diese Mafia erfunden, wer weiß, was da passiert, oder er rundet auf, die werden bestimmt die YouTube-Mafia gegründet haben, oder er rundet einfach auf, vielleicht hat YouTube was geändert, und erklärt es auch selber nochmal die längere Erklärung, die es interessiert, und es interessiert mich zum Beispiel, oder auch andere, dass es das seit September 2019 gibt, und genau das habe ich ja auch gesagt, dass es ja hier ab September 2019 ungefähr war, dass dann immer diese Päckchen kamen, also es hat sich doch 1a gedeckt, beide Sachen zusammen, YouTube rundet auf, das rundet sich auf, hin und her, keine Ahnung, und deshalb boom, also für mich war das alles kein Problem, und er hat auch selber hier geschrieben, ich sehe das Video mit Humor, bleib gesund, das war, das war doch eigentlich alles geklärt, dachte ich, ich fand es auch cool, dass er was kommentiert hat, ich weiß immer nicht, wenn man sowas macht, man wünscht sich irgendwo, also ich, ich wünsche mir irgendwo, wenn ich irgendwie sowas mache, dass das ihn vielleicht erreicht, oder wenn ich was über BisaFanTV mache, dass er das mitkriegt, oder wenn ich was über Hong mache, dass er das mitkriegt, ich weiß meistens nicht, wer kriegt was mit, wer kriegt was nicht mit, wenn es die Leute gar nicht mitkriegen würden, wäre es irgendwo schade, wenn die Leute es mitkriegen, hoffe ich, sie nehmen einem das nicht übel, und sie fassen das eigentlich so auf, wie es gemein ist, und drücken mal ein Auge zu, so kleine Sticheleien können ja mal sein, so aus Spaß, ich meine, bei der Sabrina, wenn wir im Stream sind, mache ich ja auch immer so Späßchen, so Spiele-Trennen, dann merkt man aber eigentlich, das ist doch keineswegs böse gemein, sobald dann jemand sagt, sag mal, hast du was gegen ihn, schreite ich auch sofort ein, und sage, nein, eben nicht, ich habe ihn doch so oft gelobt, auch bei den, bei meinen Lieblings-Youtubern, war er auf Platz 2, und auf Platz 1, war Julian, weil ich einfach gesagt habe, Spiele-Trennen, hat halt immer die ganzen Infos am Start, Spiele-Trennen verpackt, das ist sehr familienfreundlich, er ist immer auf dem neuesten Stand, er hat eine sehr sympathische, angenehme Art und Weise, Stimme dazu, das einzige, was mir bei ihm fehlt, ist halt manchmal dieser Live-Aspekt, den man bei Hong zum Beispiel hat, wo du die Umgebung siehst, wo zockt er gerade, der ist direkt da so unterwegs, aber vielleicht ist das bei Spiele-Trennen halt, damit er seinen qualitativ hochwertigen Standard hält, eben nicht möglich, jetzt zusätzlich noch mit einer Cam und dem ganzen Zeugs, der nimmt halt sein Zeugs auf, der überspricht das zu Hause so, dass das eben alles gut klingt, als unterwegs mit einer Cam, es wackelt rum, der Wind zieht durch, er versteht kaum was, das kenne ich von meinen Videos, das kenne ich von Hong seinen Videos, er hält halt seinen Standard hoch, qualitativ, die Leute feiern das, wunderbar, deswegen habe ich, aber ihn nur auf Platz 2 gesehen, und auf Platz 1 eben Julian, also Julian FGU, der ja leider nichts mehr macht, weil der hat auch immer die Infos gehabt, der war auch sehr sympathisch, angenehme Stimme, aber der war auch viel draußen, der hat viele Sachen so gezeigt, auch seine legendäre Wafu Raid Tour, wo die dann mit dem Fahrrad rumgefahren sind, und daran sieht man ja, wenn er schon auf Platz 2 kommt, dann kann ich ihn doch gar nicht kacke finden, Hong habe ich auch öffentlich kritisiert, und gelobt gleichzeitig, immer meine ehrliche Meinung gesagt, auch, dass ich bei Hong manchmal finde, dass er halt manchmal sehr frech ist, oder arrogant wirkt, den Zuschauern gegenüber gerade auch, wenn jemand was fragt, immer, oida, guck doch einfach mein Video, ey, was ist ein Opfer, so, dass er es manchmal so, anstatt einfach das sagt, oder nett drauf hinweist, dass er, aber es ist halt Hong, der verstellt sich auch nicht, und viele sagen dann, boah, so ein arroganter Assi, trotzdem gucken ihn viele, und ich finde es trotzdem cool, weil er hat ja, er ist auch sehr kreativ, er macht auch viel, er hat auch viele eigene Ideen, er ist sehr abwechslungsreich in seinem Content, habe ich ihm auch zugute gehalten, Sabrina, auch richtig nice natürlich, bei Melanie, habe ich auch offen gesagt, sie gibt sich Mühe, sie steckt da ihre Leidenschaft rein, aber ich kann es mir jetzt nicht unbedingt geben, weil, es ist mir alles nicht flüssig genug, es ist, wenn ich Sabrina und Melanie vergleiche, wie gesagt, Sabrina kommt einfach ganz anders rüber als Melanie, bei Melanie ist das trotzdem manchmal so ein bisschen, beim Reden, sie stockelt da so rum, oder, man denkt, sie weiß eigentlich gerade gar nicht, was sie sagen will, oder sagen soll, und wirkt dann manchmal ein bisschen überfordert, oder unbeholfen, und, das wirkt auf mich jetzt nicht so interessant, dann, trotzdem macht sie ihr Ding, und hat ihre Anhängerschaft, den, den ich am meisten kritisiert habe, war sogar, Bisa Fan TV, weil ich gesagt habe, ich kenne ihn ja persönlich, wir haben uns beim GoFace getroffen, ich fand ihn so als, äh, Typ, ganz korrekt, aber ich, in fast jedem Livestream, gucke ich, ob der ein neues Video hat, und reg mich dann erstmal über seine neuen Videos auf, also, ich mag ihn trotzdem, menschlich, aber ich sage so oft auch, ganz offen und ehrlich, dass das schon wieder so behindert ist, dass er irgendein Shiny, was es noch gar nicht gibt, ins Thumbnail reinpackt, nur um Klicks zu generieren, dass er irgendeinen Titel wählt, der stunken und erlogen ist, nur um Leute auf sein Video aufmerksam zu machen, dass, wie er die Videos umsetzt, manchmal es wirklich so billig ist, der Ton mies ist, kein Schnitt, einfach nur alles so hingeklatscht, und damit einfach nur, ja, weiß ich nicht, er könnte sicherlich das alles besser machen, und sich mehr Mühe geben, aber er macht halt wirklich nur so, aber wenn man das jetzt sagt, sagen die Leute wieder, ich gönne nur nicht, und bin neidisch, weil er mehr Abonnenten hat als ich, ich bin aber stolz drauf, dass viele sagen, sie feiern mich, weil sie erkennen, dass ich mir da viel Mühe gebe, und auch wenn ich Videos schneide, ich mache nicht einfach einen Cut und fertig, ich tue so lange an einem Cut rumbasteln, bis er genau passt, und genau perfekt für mich geschnitten ist, dass genau in dem Moment, Frame für Frame gehe ich durch, bis ich die richtige Stelle habe, wo ich den Cut setzen will, oder es zum Beat passt, es auf die Musik passt, und das ganze Zeug dazu, ein normaler Laie, der jetzt einfach nur so guckt, dem ist das scheißegal wahrscheinlich, der sieht, da ist ein Cut, der sieht, da ist kein Cut, und für den ist das kein Unterschied, der hört einfach nur zu, kriegt vielleicht nur die Hälfte mit, und sagt, ach, cooles Video, so, manchmal sind es die simplen Leute, die halt das ausmachen, aber auf jeden Fall war das für mich aber alles hier geklärt, Spieletrend hat es verstanden, Spieletrend hat das mit Humor genommen, Spieletrend ist normal an das Thema rangegangen, und hat das mal erklärt, wie das mit YouTube läuft, fand ich also richtig korrekt, und viele haben das halt übelst als Hate-Video gesehen, und als Angriff gegenüber ihm, aber es war ja nicht direkt ein Video gegen ihn, es ging ja um alle, ich habe ja da und da und da auch dann diese Scherzchen gemacht, auch bei Melanie, glaube ich, schon angefangen, und bei Hong, der sich die Hunderter-Päckchen gönnt und alles, aber natürlich, weil er der Letzte war, und das da am krassesten ist, weil es ja eben Tausender sind, war er halt dann das Highlight von dem Video, und weil ich ihn ja natürlich auch am meisten kenne, aber dadurch musste ich natürlich auch mit am meisten Hate rechnen, den ich dann hier auch bekommen habe, trotzdem gab es Leute, die haben da was geschrieben, hier, der Nekotinas, R6 zum Beispiel, hat ewig einen Kommentar gemacht, hat sich übelst aufgeregt, hat gesagt, boah, ich bin doch nur neidisch, dass er mehr Abonnenten hat als ich, und, dass ich, ich hab doch nen Gaming-Kanal, wieso ich immerzu nur dämliche Kochvideos hochlade, ob ich keine eigenen Ideen habe, oder sonst was, hin und her, hat sich da übelst aufgekoffert, ich hab dann natürlich, bin auf jeden Punkt eingegangen, dass ich ihn doch gar nicht schlecht rede, dass ich doch nichts Böses geschrieben, oder gesagt habe, hab das wie eben auch erklärt, hab dann auch gesagt, ja, es ist ja auch, der Kanal ist Typ Gaming, weil ich jeden Tag eben ne Folge Pokemon Go mach, und meistens abends noch was anderes, entweder nen Film, Review, oder eben ne Folge Ramses Kitchen, wo ich mal Essen teste, die dann aber in der Kategorie Unterhaltung gepostet werden, und nicht als Gaming, und es viele eben gibt, die diese Kochvideos momentan auch feiern, und das ist eigentlich ja wirklich ein Kanal, wo es nur um mich persönlich geht, was ich mache, und da Pokemon eben ein großer Teil meines Lebens ist, kommen da hauptsächlich Pokemon, aber nebenbei kann ich doch hochladen, was ich möchte, mal ne Challenge, mal ein Musikvideo, mal einen Film, den ich geguckt hab, mal ein Essen, was ich getestet hab, und deshalb zu sagen, ich hab keine eigenen Ideen, weil ich dann meistens sogar zwei oder drei Videos am Tag hochlade, ist auch totaler Quatsch eigentlich, hab dann noch ein bisschen was dazu geschrieben, er hat dann seinen Kommentar gelöscht, steht ja auch da, er hat alles falsch verstanden, Komment gelöscht, es tut ihm leid, ist also auch kein Problem, das sieht man aber, man muss halt beim einigen wirklich mal, also, wenn da jemand wirklich was schreibt, und nicht nur extrem hatet, sondern Punkte hat, die man klarstellen kann, stelle ich die auch gerne klar, was mich dann aber gewundert hat, einen Tag später, leider finde ich es nicht mehr, ich habe einen Bisa-Fan-DV im Gespräch rumgewühlt, er hatte irgendwo geschrieben, achso, ich glaube, er hat es per WhatsApp geschrieben, das war mein Fehler, weil ich meine Handy-Nummer im Stream irgendwo geleakt habe, und dann hatte ich, ich habe gedacht, das war bei Facebook, aber es war nicht bei Facebook, er hat es glaube ich in, Bisa-Fan-DV hat mir geschrieben, das Video von, das Video von du gemacht hast, besonders die Kommentare darunter, haben mich veranlasst, dazu etwas zu sagen, Video muss rendern, kommt morgen, würde mich freuen, wenn du es dir ansiehst, es geht über 20 Minuten, ich meine nicht das Cola-Video, dazu kommt natürlich auch noch was, dann habe ich mich gefreut, weil ich ja nicht wusste, was kommt, habe geschrieben, ja, vielleicht kann ich es ja 20 Uhr im Stream gucken, bin gespannt, sieht man auch hier, ich lüge nicht, ihr könnt gerne Pause drücken, könnt da gucken, nachdem ich mein Video gemacht habe, hat er mir auf WhatsApp geschrieben, das war auch das erste Mal, dass er mir auf WhatsApp geschrieben hat, weil er hat meine Nummer bis dahin nicht gehabt, er hat sie wie viele andere eben da aus dem Stream rausgesaugt, hat mich dann angeschrieben, ich habe ihn dann auch eingespeichert, und dann hat er gesagt, dass das Video ihn inspiriert hat, dass der Kommentarbereich ihn inspiriert hat, und dass er jetzt auch mal ein Video gemacht hat, und es wäre cool, wenn ich es mir angucke, ich also abends meinen Stream gemacht, habe mich gefreut, zack, ne, warte mal, wir machen das ja erstmal zu, er hat also ein Video gemacht, wo er geschrieben hat, meinen, meinen Titel im Prinzip genommen, dieses kauft Spiele, trennt Abonnenten, er hat geschrieben, nein, Spiele, kauft keine Abonnenten, es ist noch viel schlimmer, er hat ein Video gemacht, mit diesem Titel, über 20 Minuten, dann hat er aber erstmal, wegen Chaos Lady was geredet, war da abgefuckt, wegen Hung was geredet, war da abgefuckt, dann hat er Spieletrend erwähnt, aber nur eine Minute oder so, dann ging es weiter um A und B und C Hörnchen, also, dieses ganze Video war komplett im Titel, ging es um Spieletrend, auch im Thumbnail, und überall und sonst was, aber eigentlich, war Spieletrend der geringste Teil vom Video, und eigentlich, meiner Meinung nach, auch kaum, also sinnlos eigentlich, wenn man es so nennen will, ja, bei mir war es natürlich anders, bei mir hat alles aufgebaut, von den Kleinen, und ging immer stärker, bis Spieletrend das Highlight war, und es am Ende um Spieletrend ging, und ich habe nur gefragt, kauft er, er sagt, nein, er kauft nicht, es ist viel schlimmer, und ich weiß nicht, es hat ihn irgendwo animiert, komischerweise ist das Video, nicht mehr da, wie ihr hier seht, komischerweise sind auch seine, äh, Bibelvideos nicht mehr da, dazwischen, hier sind jetzt nur noch die Pokémon-Sachen, das andere ist nicht mehr da, da hier so ein Gottesdienst ist noch da, nächste Woche Sonntag, da verstehe ich nicht, wieso er heute keinen macht, wenn er ja jede, jeden Sonntag eigentlich für die Leute, einen Gottesdienst macht, und dann ist mir auch aufgefallen, dass er seinen Namen plötzlich geändert hat, eben, von Pisa-Fan-TV an Dani Glaubt, Dani Glaubt hat hier viele Bibelvideos gemacht, die komischerweise plötzlich alle weg sind, und jetzt hat er es von Dani Glaubt in Dani der Dicke geändert, schon sind die Bibelvideos weg, und man sieht nur noch Pokémon Go, und so Zeug, warum er sich jetzt einfach Dani der Dicke genannt hat, und die Leute jetzt dann deshalb denken, ah, die stecken unter einer Decke, und das war geplant, ist nicht so, ich wusste nichts davon, bis zu dem Video, das Video ist bei ihm jetzt nicht mehr da, er hat es gelöscht, weil vielleicht hat er dafür auch viel Hate bekommen, aber ich habe ja gesagt, ich gucke mir das Video im Livestream an, und das habe ich natürlich gemacht, leider wurde mein Livestream, nachdem wir diese Levelaufstiege gemacht haben, mit dem Community-Account, und nachdem wir, was haben wir noch, ein Video von Natururin geguckt, wurde der Livestream abgebrochen von YouTube, weil beim Natururin-Video gab es böse Wörter, und da wurde der Stream gemeldet und abgebrochen, also habe ich dann direkt abends nochmal einen Stream gestartet, um das Video von BisaFanTV zu gucken, habe das auch genannt, Beef mit Spiele-Trend, weil der Kommentar, der unter BisaFansTV-Video stand, von Spiele-Trend, der war dann schon nicht mehr spaßig, von Spiele-Trends Seite aus, und hat mich dazu veranlasst, auch eben dieses Video zu machen, ich drücke mal ganz kurz hier drauf, er hat das Video von mir gesehen, und er hat gesagt, wo das nämlich war, ich glaube, hier können wir aber mal Vollbild machen, oder? Vielleicht sieht man dann besser was. Er fandet das gut, und es hat ihn inspiriert, auch was zu machen. Er hat mal hier dieses Knastrollen. Achso, genau. Dann war das Ding also, Spiele-Trend hat einen Kommentar gemacht, zu dem Video von BisaFanTV. Ihr seht, es wird immer komplizierter. Bei mir hat Spiele-Trend also noch geschrieben, er nimmt das mit Humor, alles super. Und dann haut plötzlich BisaFanTV ein Video raus, nennt sich Dani der Dicke, und Spiele-Trend schreibt auch dazu was. Diesen Beef, den hier offenbar einige Leute untereinander haben, finde ich schade. Schaue das Video nur, weil ich im Caps-Log-Titel, bei mir gab es keinen Caps-Log-Titel, ich alles normal geschrieben, BisaFanTV hat wieder richtig übertrieben, dann im Thumbnail und im Hashtag bin, und meine Abonnenten dieses Video vermutlich finden werden, und sie fragen, was da los ist. Quarantäne scheint gut reinzukicken, momentan in der YouTube-Landschaft. Den Satz finde ich richtig genial. Bei 1337 komme ich dann endlich vor. Hier meine Antwort dazu. Ich kommentiere auch bei Kanälen mit 5 Abonnenten, wie zum Beispiel Pokémon GO Yoda. Vermutlich will ich bei einem Kanal in dieser Größe den Hype abstauben, oder? Natürlich nicht. Ich weiß, dass sich einige Leute freuen, wenn ich bei ihnen eine Nachricht hinterlasse. Genau, ich zum Beispiel nämlich auch. Warum gucke ich eigentlich immer drüber? Ich müsste eigentlich dann da reingucken. Denn, was BisaFanTV einzig und allein in seinem Video gemacht hat, er hat Spiele drin vorgeworfen, dass als er wenig Abonnenten hatte, nee, nicht wenig Abonnenten, es ging darum, als BisaFanTV mal ein Video gemacht hat, da hat er noch nicht so viele Abonnenten gehabt, und das Video gut angeklickt wurde und innerhalb von einem Tag 1300 Aufrufe hatte oder so, dass Spiele drin da einen Kommentar gemacht hat, so wie bla bla bla, und aus dem Titel, was reingeschrieben hätte, da ging es, glaube ich, um Alola-Pokémon und Spiele drin hat nur geschrieben, ich freue mich auch schon auf die Alolas oder so ähnlich. Und das nimmt BisaFanTV ihm jetzt übel und sagt, Tja, der Spiele trennt. Immer wenn er sieht, dass irgendwo ein Video viral geht, viral bei 1000 Klicks, dass ein Video Aufmerksamkeit bekommt, dass ein Video geklickt wird, dann macht er schnell einen Kommentar, einen sinnlosen Kommentar, und will dann den Hype abstauben, will den Fame abstauben, will die Klicks abstauben, will Abos klauen, will einfach nur seinen Kanal überall hin posten, damit bei den Leuten, wo es gerade richtig durch die Decke geht, mit 1000 Aufrufen, damit die Leute alle dann seinen Kanal sehen im Kommentarbereich und bei ihm auch schauen. Also er will Werbung machen und Klicks auf den Nacken von anderen YouTubern, von kleineren YouTubern. Das ist die Sichtweise also von BisaFanTV. Ich, steht ja auch dann hier dabei, als ich damals so 300 Abonnenten hatte und habe irgendwo mal ein Video gedingst, ich würde nie sagen, das ist durch die Decke gegangen oder ging richtig ab oder bla oder keine Ahnung. Habe einen Kommentar von Spieletrend gehabt und ich habe mich übelst gefreut. Das habe ich auch in dem Stream gesagt, dass ich auch einer bin von denjenigen, die das einfach gefeiert haben. Ich habe mich gefühlt, wirklich wie ein kleines Schulmädchen so. Ich habe gleich ein Screen gemacht, ich habe es an Isbo geschickt, ich habe es in der Gruppe rumgeschickt und gesagt, boah, guckt mal, Spieletrend hat bei mir kommentiert, yeah. Ich hätte doch dann nie behauptet, hey, jetzt habe ich mal ein Video, was ein paar Leute gucken und dann kommen Spiele drin oder was und kommentiert nur, weil er jetzt Klicks abstauben will, weil er den Hype stibitzen möchte. Was ist denn das für einer? Nee. Er hat da kommentiert. Ich fand es cool, dass er das überhaupt mitgekriegt hat, dass es mich gibt, dass er überhaupt gesehen hat, dass ich da was gemacht habe und dass er überhaupt dann was schreibt. Viele gucken ja mal irgendwas oder gucken irgendwo rein und das war es. Aber einen Kommentar zu hinterlassen ist nochmal eine ganz andere Sache, finde ich. Ich habe mich damals gefreut, auch ein halbes Jahr später, ich weiß nicht, wie lange es war, ich sage auch mal ein halbes Jahr später, habe ich nochmal einen Kommentar irgendwo gehabt bei einem Video von Spiele drin und ich habe mich immer noch genauso gefreut. Ich habe gesagt, wow, schon das zweite Mal, dass er was von mir kommentiert hat. Richtig coole Sache. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn Sabrina spielt, im Livestream vorbeischaut. Die ist doch auch, die ist doch gehypt, die ist doch beliebt, alle feiern die. Ich würde auch nicht sagen, boah, also wenn ich jetzt so wie Bieser Fan TV dann denken würde, müsste ich sagen, die geht nur in den Livestream, dass meine ganzen Zuschauer, sie sehen und denken, wer ist die denn und viele kennen die und viele schreiben da, hey Sabrina, da muss ich auch gleich mal gucken, wer das ist. Die ist also nur im Livestream, um meine Abonnenten zu klauen. Hä? Ist doch Quatsch. Wenn sie da ist und viele kennen sie noch nicht, was unmöglich ist, meiner Meinung nach. Ich sage sogar auch, die Sabrina ist auch wieder da. Wenn ihr die noch nicht kennt, checkt die mal ab, geht mal dahin. Man gönnt doch gegenseitig. Ich würde doch nie denken, sie will mir was wegnehmen. In dem Moment, wo ich sie sehe, sage ich sogar, ja, guckt mal bei Sabrina vorbei. Beziehungsweise selbst in dem Stream gehe ich ja sogar auf Sabrinas Kanal und sage, hier, wer die immer noch nicht kennt, schaut mal da. Ich gehe aber genauso auch auf Bieser Fans Kanal. Den kritisiere ich zwar dann meistens, weil er meistens nur Mist macht, aber er hat auch mal Sternenstücke, Sternenstunden, so richtig gute Momente, wo er was richtig Cooles gemacht hat und dann gucken wir das auch und die Leute sagen, hey, richtig stark und ich sage auch, cool, das hat mir auch gefallen. Bei Hong gucke ich öfters mal rein und wir gucken das zusammen, also, heißt es jetzt auch, ich gucke da nur rein, weil ich von denen abstauben will? Nein. Da müsste ich mich ja immer im Livestream von den anderen aufhalten und immer nur schreiben, hey, check mal meinen Kanal aus. Aber sowas finde ich behindert. Sowas würde doch keiner machen. Ich habe einmal bei, als ich Livestream hatte, bei Hong in den Livestream reingeguckt und habe dann nur geschrieben, hallo Hong. Und er hat dann gegrüßt und das fand ich dann auch korrekt und dann sind wir wieder zurück. Ich gucke bei Natururin auch rein, ich gucke bei Flatti rein. Viele sagen, mach den Scheiß weg. Ich sage, nö, ich gucke das jetzt. Das heißt, chill mit Ramses, ich gucke mir das an, ihr könnt mit mir dabei chillen. Und deswegen, ich würde nie auf die Idee kommen, dass Spieletrain da was klauen will. Also da muss man schon sehr eine verdrehte Weltvorstellung haben. Und deshalb hat er auch hier reingeschrieben, nochmal, deshalb tue ich das und werde das auch nach deiner Unterstellung weiter tun, um neuen YouTubern eine Freude zu bereiten. Hat er bei mir auf jeden Fall gemacht und ich freue mich auch immer, wenn ich einen Kommentar von Spieletrain sehe. Da du meine Kommentare immer oft geliked hast, hätte ich gedacht, dass du dich auch freust. Wusste nicht, dass du denkst, dass ich mich an einem deiner Videos mit 1000 Klicks zum damaligen Zeitpunkt vermutlich noch viel weniger durch einen simplen Kommentar hochziehen will. Ich habe bei Hong vor drei Jahren kommentiert, als er noch keine 1000 Abos hatte. Bei Ramses, als er gefühlt unter 300 Abonnenten war. Bei Sabrina, als sie vielleicht 30 Videos online hatte. Habe nun in dem Video, habe nun den im Video gezeigten Kommentar gelöscht. Das ist auch so, weil, wenn ihn das gestört hat, hat er dann den Kommentar gelöscht bei BisaFanTV. Nicht, dass ich noch zu viel Hype von deinem Video abstaube. Aber dann der letzte Satz, das hat mich wirklich getroffen, dieses sehr schade, dass Leute wie Ramses und du so über mich denken, aber nun kenne ich immerhin eure Meinung. Und da hat mich wirklich der Schlag getroffen, habe ich gedacht, was? Was habe ich denn jetzt damit zu tun, wenn BisaFanTV hier irgendwelche Probleme hat und da durchdreht? Selbst bei Melanie Chaos Lady habe ich das nicht verstanden, dass BisaFan in seinem Video sagt, ja guck mal, die hat vor 2017, vor drei Jahren, hat sie mal ein Video gemacht, drei Mewtwo X Raids und hat einfach Filmmaterial von mir in ihren Video reingepackt. Habe ich gedacht, boah, das ist ja assi. Aber, sie hat ja gesagt, der Raid ist nicht von mir, der Raid ist von BisaFanTV. Also, sie hat es ja nicht als ihr eigenes ausgegeben, sehe ich schon mal als einen Unterschied. Sie hat gesagt, wem das gehört. Sie hat damit eigentlich Werbung für ihn gemacht. Klar kann man das nicht, muss man das nicht gut finden, wenn da jemand ungefragt einfach was nimmt. Aber so viel Schaden hat sie meiner Meinung nach damit jetzt auch nicht gemacht. Sie hat halt was von ihm genommen, gezeigt und hat dann auch gesagt, der hat auch einen eigenen Kanal, können da ja mal gucken und sie verlinkt ihn auch in die Beschreibung. Was sie dann entweder vergessen hat, weil der Dani hat dann geguckt und hat gesagt, in die Beschreibung? Wo denn? Du widerliches Stück. Und da war halt nichts verlinkt. Aber ich meine, er hat es jetzt nachgeguckt, jetzt 2020 und jetzt hat er gezeigt, dass sie ihn blockiert hat. Sprich, vielleicht haben die sich irgendwann zerstritten, dann hat sie ihn blockiert und vielleicht hat sie dann auch alle Links zu ihm aus ihren Videos rausgelöscht. Deswegen ist jetzt kein Link da. Deswegen ist er jetzt blockiert. Aber er kann doch nicht jetzt, 2020, sagen, komm, wir schreiben sie mal an, warum das nicht verlinkt ist. Oh, sie hat mich blockiert. Wenn das Video drei Jahre alt ist. Was anderes wäre es doch, wenn sie gestern Abend das hochgeladen hätte, ohne Verlinkung und er sie darauf anspricht, wo die Verlinkung ist, aber er einen Tag später einfach blockiert ist. Das wäre richtig komisch. Aber wenn es doch einen Tag später ist, ach, wenn es drei Jahre später ist, was will man da noch jetzt, das ist doch Quatsch. Vielleicht hat sie sogar damals reingeschrieben und dann wieder rausgenommen, weil sie sich dann zerstritten haben. Oder sie hat es einfach vergessen. Es kann ja mal sein, man vergisst es, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass es von ihm ist und dass er einen Kanal hat. Also sie hat es ja nicht als ihr eigenes ausgegeben. Was jetzt mit Hong und BisaFanTV war, habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wo Hong gesagt hat, ja, dieser Typ und BisaFan sagt, boah, dieser Typ und dann der eine droht dem anderen Schläge an und der nächste sagt, ich spucke auf dich, du kleine Hanswurst. Da blicke ich überhaupt nicht durch. Aber dann bei Spieletrend, dass es einfach heißt, ja, der hat bei mir kommentiert, der hat aber nur kommentiert, weil mein Video Aufrufe gemacht hat und da wollte der absahnen. Also das ist eigentlich schon wirklich dann Kindergarten, das ist schon komisch. Das ist wieder eine Seite dann beim Dani, die verstehe ich nicht, die kenne ich nicht und damit macht er sich auch keine Freunde. Dann habe ich das natürlich dahin, aber das Gute war, ich habe auch gefragt, weil ich nicht weiß, was der Reversal überhaupt in dem Video von BisaFanTV zu tun hatte. Mittlerweile Spieletrend hat sich nochmal gemeldet unten im Kommentarbereich unter meinem Stream Beef mit Spieletrend und das muss ja nicht mal auf mich bezogen sein und Spieletrend, weil ich habe ja das Video von BisaFanTV geguckt und man kann das doch auch so interpretieren, ich gucke das Video, es geht um Spieletrend, es geht um BisaFanTV, es gibt Streit, also daher die Frage Beef mit Spieletrend. Wer in dem Moment da, kann aber auch bei uns sein, also solche Titel haben so viel Fläche frei für Interpretation, da kann man nicht einfach sagen, du hast gesagt, ihr hasst euch über alles, nee, da ist eine Frage in den Raum gestellt und die Frage ist jetzt eigentlich wirklich, was hat BisaFanTV wirklich gegen Spieletrend oder was ist da wirklich los und hier, wir gucken uns jetzt nochmal den Kommentar von Spieletrend an, Spieletrend hat nämlich dann geschrieben, hey Ramses, alles gut, es ist so wie Mohammed beschrieben, durch eure Namensgleichheit, die zigfache Erwähnung der dicken Army, die erst wirklich seit BisaFans das erste Mal BisaFanTV in dem Video erwähnt hat, die dicken Army, wo ich dachte, seit wann gibt es sowas und der zeitnahen Veröffentlichung beider Videos dachte ich dann, von euch steckt doch mehr dahinter und ihr wollt nun grundlos auf mich losgehen, ich habe es wirklich so gemeint, dass ich dein Video mit Humor genommen habe, sehr schön, aber das zweite Video, worauf du dann auch hier reagiert hast, war wirklich komplett unnötig, sehe ich auch so, ich komme wegen einer unnötigen Sache zwei Minuten vor, bin aber im Titel und Thumbnail, das Ramsesunddu aus meinem Kommentar kann man streichen, tut mir leid, seht ihr, Spiele drin, richtiger Ehrenmann in der Sache, ne, hab dann nicht zu viel Zeit reingesteckt, auf doppelter Geschwindigkeit, schnell durchgehört und abgeschickt, fand das alles ziemlich seltsam, das kann man ihnen ja jetzt nicht verübeln, denn ich fand es ja auch seltsam, leider habe ich aber gedacht, heute schon, als ich aufgestanden bin, dass ich mich dazu unbedingt nochmal äußern möchte, in der Hoffnung, dass das nochmal Spieletrend erreicht, dass ich wirklich nichts gegen ihn habe und auch nichts Böses im Schilde führe, hab dann aber, kurz bevor ich das Video jetzt hier aufnehmen wollte, den Kommentar erst gesehen, aber gedacht, ja, ich mach das Video aber trotzdem, dann kann ich euch auch zeigen, dass alles gut ist, also für die Leute, die jetzt gesagt haben, wir wissen nicht, mein, der Ramses, ist das jetzt ernst oder ist das jetzt Spaß oder hat er jetzt wirklich was gegen ihn, denn mich haben auch gestern, selbst der Isbo hat mich angeschrieben und gefragt, hey Ramses, wieso machst du den Spieletrend jetzt immer zu so schlecht in deinen Videos, wo ich gesagt habe, hä, wo mach ich ihn denn schlecht? Und er sagt, naja, hier, Beef mit Spieletrend und ich, ja und weiter, hast du dir das Video überhaupt mal angeguckt? Da hab ich die ganze Zeit, ging es um den Beef von BisaFanTV und Spieletrend und dass ich nicht verstehe, wieso BisaFan jetzt so abgeht und dass ich mich immer freue über Spieletrend und dann hab ich schon wirklich gesehen, dass manche Leute, die lesen nur welche Titel und fangen dann an, Gerüchte zu spinnen, sich zusammen zu spinnen und rumzutragen, aber irgendwie, weiß ich nicht, alles Quatsch auf jeden Fall. Also Spieletrend, guter Mann immer noch, dass Ruhl ja nichts mehr macht, finde ich schade, Hong hat auch seine Existenzberechtigung, ich freue mich immer, wenn er da seine komische Lootbox aufmacht und Sachen findet, wo er nicht weiß, was es ist und dann rumkaspert. Ne, aber auch seine Ebay-Formate sind ja interessant, gibt's alles, BisaFanTV finde ich's halt immer kacke, dass er so viel Mist bei sich hochlädt, bei Pokémon manchmal wirklich nur so das Nötigste als Video macht, ich fand es schön, als der mit Cam draußen rum ist und hat da was gezeigt, einfach, dass man viel mehr in der Materie drin ist, das würde seinem Kanal, glaube ich, gut tun, wenn er auf der Pokémon-Schiene bleibt und da weitermachen will und das ernsthaft betreiben. Zu Sabrina müssen wir nichts sagen, da passt eh alles und bei Melanie gucke ich auch ab und zu mal rein, aber ich finde, da fehlt noch ein bisschen Elan und ja, mehr, keine Ahnung, kann ich nicht mehr dazu sagen. Das war's aber jetzt, denkt dran, hier, der Meryl-Kampftag, au, verdammt, ich versteh's nicht, dieses Drecks-Windows-10, normal konnte ich hier immer das Mausrad hochdrehen und dann ist das automatisch ran gesoomt und jetzt, wenn ich das Mausrad drehe, dann scrollt es hier einfach meine Bilder durch, was soll das denn? Jetzt muss ich hier drücken und so machen, also, das ist alles kompliziert und umständlich irgendwie, ne, auf jeden Fall der Meryl-Kampftag heute von 11 bis 14 Uhr, gönnt euch Meryl, wenn ihr noch keins habt, wenn ihr noch kein Shiny habt und das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin, peace out, vorhaut, ich muss hier gucken, wo Aufnahme stoppen steht, euer Ramses. dann aufhaut, dass die Vielen Dank.